Die Frage ist, ist das Gehen auf Toilette wichtiger für den Propheten gewesen als die Ummah? Weil er hat uns gezeigt, wie wir auf Toilette gehen, aber nicht gezeigt, wer der Kalif ist. Im Koran, die Khanasir erwähnt und die Dibin auch im Koran erwähnt, ist die wichtiger als Imam Ali. Er hat nicht Imam Ali im Koran erwähnt. Was ist das für eine Frage, du Jahel, Alter? Komm, sag mal, du hast die Rede. Komm, 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 flüchte du nicht von der Frage. Ein Moment, ein Moment, ein Moment, ein Moment, ein Moment, ein Moment, ein Moment. Willst du runtergehen oder willst du dich benehmen? Hau dich mit mir. Willst du runtergehen oder willst du dich benehmen? Nimm an, nimm an. Willst du runtergehen oder willst du dich benehmen? Tauch mal, wie er mich strummt einfach, wie er eins hat. Ja, damit du leise bist. Deine Maafin sind Mujassima. Deine Zweite, die die Raafin Angst haben von Tauchid. Nein, du hast Angst, dass ich rede. Nimm alle auf, Leute. Lass mal über Tauchid reden. Ich habe eine Frage. Lass mich bitte ausreden. Lass mich nicht reden, danach können wir über Tauchid reden. Danach können wir... Flüchte nicht vor diesem Thema, okay, Fadi? Stimmt nicht, er sagt, flüchte nicht. Hör zu, hör zu, hör zu. Du hast gesagt, du hast darauf geantwortet, indem du gesagt hast, Schweine und Bienen werden im Koran erwähnt, Imam Ali ibn Abi Talib alayhi wa sallam aber nicht. Wie kommst du darauf? Schweine werden erwähnt. Hast du Namen von Schweine im Koran? Imam Ali ibn Abi Talib alayhi wa sallam wird auch im Koran erwähnt. Wo? Das erstens. Wo? Das in Ayat al-Mubahala zum Beispiel. Wo sein Name steht? Lass mal den Koran lesen. Lass mal lernen, den Koran zu lesen. Wo steht der Name von Miss Piggy im Koran? Bitteschön. Bitteschön, bitteschön. Lass mal den Koran lesen. Wo steht Imam Ali ibn Abi Talib alayhi wa sallam? Verstehst du meine Frage? Verstehst du meine Frage? Hast du meine Frage verstanden? Fank mal an. Bismillah Rahman Rahim. Deine zwölf Spieler, die Heuchler, zwölf Heuchler? Willst du jetzt mit Respekt reden oder nicht? Antwort auf meine Frage, dann ich antworte auf deine Frage. Wenn du nicht antworten willst, geh runter. Auf was soll ich... Geh runter.